Pass auf, jetzt wechselt das Ding. Wir müssen uns für nächstes mal eigentlich mal so'n Block holen, der uns auch Münzen gibt. Vielleicht mal. Nöööö. Münzen für... Großes Missbeginn ist nur auf mich. Kann sein. Ja. Nicht kann sein, ist so. Und das ist da, wo du letztes mal so rumgemacht hast. Diese Eier ist für mich. Wieso krieg ich von euch keine Münzen? Ja, ist so kacke. Das ist von mir. Bei Bosers Großes Missbeginn also. Oh, wie Assis, ne? Der kann nicht immer springen, das ist das Problem. Komm. Komm. Komm noch mal drauf. Da hauen wir doch gerne drauf. Aber du weißt schon, dass ihr die nicht kriegt. Und? Das bringt gar nichts eigentlich. Doch, Bowser bringt's Freude. Hm. Hm. Bleib hier schön auf meiner Insel. Hm. Bist du mein Idiot. Einfach mein Idiot. Komm, Schläger. Ja. Hat er auch schon mal gehabt. Ja. Hat er auch zu Anfang. Ach ja. So ist das. Ne? Wenn du auf leicht hättest, die Computer, die würden dagegen schlagen. Hm. Stein. Ich glaub, das wäre nochmal ganz anders, wenn wir die auch leicht gestellt hätten. Ja klar. Ja klar. Aber kommen wir noch nicht mal 25 Runden, ne? Ne. Ja, weil das mit dem Wechsel zu lange dauert. Ich glaub, da streng ich mich noch nicht mal für anführe. Ne. 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 Kostet mir doch Kraft. Ja und? W Seb. Siehst Du hättest, wir haben die auch ohne mäh. Hä? Sie haben auch ohne mich geschafft. Was? Das gerade. Ja, das ist normal zu anfangen und dann fallen die doch runter. Ja, deswegen brauche ich mich dafür nicht anstrengen. Na, das ist irgendwie normal dabei, dem Level, wenn du ein großes Taunziehen hast und du dran bist und mit Computern zusammen mit der anderen Mauerndach. Weil die Kraft kann man noch für was anderes benutzen, wenn wieder dieses Drücken kommt. Boah, ey, was ist das für eine Scheiße? Ich weiß jetzt schon, dass in den nächsten Moment das Feld gewechselt wird wieder. Ne, warum? Und spätestens bei Vario. Ach, ich schaff das dann nicht. Oder auch nicht. Glück, ja. Aber nächster Runde bei Peach. Nein. Du kriegst deinen schönverdienten Stern. Fahnenfliffer. Warum? Das war weiß. Voll gleichzeitig eben alle. ahja da ist dir� glühbir mir war ja vergleichzeitig Du 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 Hallo Fenster! Aha, weg ist sie! Ich geh schon freiwillig Weg dich freiwillig du? Was?! Hallo Fenster! Was war das denn?! Du warst zu langsam! ich habe ja du hast gedrückt aber ich hatte meine schon oben und dann geht es ja immer schneller 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 nee aber ich habe ich habe im gleichen moment an gedrückt und der macht bei mir hat es schon die weiße hoch gemacht bei mir hat er b hoch gemacht deswegen habe ich verloren ich habe gedrückt und hat b gemacht bei mir hast du die weiße hoch gemacht guck mal was habe ich gesagt du hast doch schon die stern durch mich verdient du willst doch mehr haben ja gewinnst du schon am ende an an keine ahnung an wissen siehst du das ist drehst du drehst es ist immer für die anderen anderen wieder wie herzens guter menschen doch bist ich aber nicht du opfers dich für die anderen menschen das gehen auch bei runden weiter zeit das weißt du meinst warum ich nicht so lange wollte ich glaube bei 35 runden hätten wir schön zwei stunden gehabt ich glaube jetzt sind wir schon bei drei stunden klar dass die darauf ich erst mal wieder paar schritte schöne wunderbare spiele haben wir denn was bombs gebaut wir hatten bestimmt weil der platz eins ist auch nicht du wolltest auf mein kopf um höchst und ich wollte dich weg aber du wolltest auch meine bombe klauen jetzt habe ich mir zurück geholt bei dir stand minus 10 und also minus fünf eine 10 bringt ja gar nichts guäppelt mal erstmal ein bisschen bei vario wer gewesen wäre denn noch gewinn bei dir dann würde da irgendwas nicht stimmen meine idee dass bei mir mal erst weit wechseln muss also ist nun mal das spiel schade schade schokolade ich glaube wenn die auf leicht gestellt werden dann würden die da nicht so oft drauf kommen weil beim ersten teil war das alles noch mal ganz anders geregelt keine ahnung ja und das spiel gewinnen wir keiner von uns der stelle ich schaffe es auch noch nicht mal städten münzen zu behalten um ihn mal städte zu klauen ja das ist auch nicht einfach ich bin auch der mann ich habe das level früher schon gehasst warum eigentlich nicht weil du zweiter bist ja ist klar warum du bitte kanal hier jetzt tauschen noch sterne oder klaut sie immer noch mal sterne dem wahrscheinlich wird er mich wenn ich es weiter will äh oder mich oder ich muss dir was geben oder ich einer muss uns einer muss Peach was geben weißt du Peach oder dich was dreckst denn überhaupt dann kannst du mir was geben denn w h w w w w w w w w